So, willkommen bei Funim Streams, wieder bei Darktide, Warhammer und äh, ich wollte schon beim Ladescreen anfangen und da wurde ich einfach mitten in ein schon laufendes Spiel geschmissen, deswegen dieser schnelle Einstieg, aber man will ja Action sehen, oder? Das ganze Gelaber ist ja auch nur Kosmetik. Was müssen wir machen? Betrete, irgendwas. Ne, nimm nun mal. Aber das kann wirklich gut! Muss ja jetzt natürlich gar nicht wo wir hin müssen, aber... Ich muss gucken, wo meine Leute hinrennen... Scheinbar ist das hier richtig. Das ist ein Vergnügen! Ich bin zu ihm! Ich bin zu ihm! Ich bin zu ihm! Ich bin zu ihm! so scheiße ist mit ihr wixer der ist wirklich wirklich nervig das war die abzweigungen am anfang also irgendwie sind wir hier wieder komplett falsch runter müssen wir wahrscheinlich irgendwie da hier ist es doch hier ist es doch hier hier ist es hier 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 Oh, Bits. Ich bin nicht besser! Ah, ich bewacht das mal hier. Was ist denn da? Was kennt der denn? Hm. Ach, wir müssen extra zu den Dinger hin. Okay, ja. Muss man ja erst lernen, so ist es halt. Oh no! Oh no! Doors open. Let's take a look. Dunstop war! You think he's better back on holy terror? Won't it? I will see the golden throne. We're losing blood with mortal mind. We're good to know what we're fighting for, I guess. Group up, people! Okay, mit so high-end oder was. Up there, Nu! Komm! Schwimmig! Der. Der. Das ist gut, dass du dich in Ordnung hast. Geh zum Helix! Wir sind auf dem Feuer! Kill'em all! Hey! You guys can't do that. Farking Hound! Dead Hound! Komm, Petren! Up hier! You're underweighting! Oi! Schaffer! How are you? Henry spotted! Das Weg! Fark's shatters are just heavy casualties. No word on the intruders. If the squawks just cannot bring me this one, I'll set you over there. Doesn't sound like we've misenjoyed him so much. Ain't there, son? No! Stop! God, shut up! Okay, guys. Okay. Reloading! The Duggan! I'm out of the right time! All right! The Duggan! Sound off! I'm out of my hands! Was ist das? Los geht's! Schöpfen Sie die! Schöpfen Sie die! Störm, Annihäuser! Schöpfen Sie die Wanne! Schöpfen Sie die Wanne! Oh Gott, denn ich werde das nicht sagen! Ich habe das gemacht! Wir sehen uns, dass wir nicht mehr zurückkommen sind. Endlich! Es ist so! Komm her und finden den Pfadegarnien! Mann, 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 nein. Das ist so hässlich. Wollt ihr den Ammünen? Auf dieser Stelle, mein Zeug hat meine Juddmein. Meine Kulturation. Right in the face, kid. Gott, ich habe ihn. Ich habe meine Juddmein! René! Extrude ist der Dorn, Chef. Nein, Extrude ist confirmed, der Haplock-Laranax. Sie sind wirklich nicht glücklich. Ich fühle mich immer wie die Technik-Priest, wenn sie mich anschaut hat. Sie ist in Ordnung. Sie sind immer noch in diesem Pa, eh? Der Fade-Streamer wird es gefüttert. Sie hören mich? Das hört sich mir wirklich an, wenn Sie mehr Freunde bekommen. Ja, der Fade-Streamer wird. Sie hören mich? wir haben die Technik-Priest. Das hört sich an. Stamm! Oh mein, Kull of Lager! I've got a little feeling. Exhaled. Oh, this brings back memories. You wanna do good? The only antidote for doubt is faith. Buster, see it? There's the Fade Street. Magos Kareep has come through with this blessed argument of thriving or whatever. I think so. Overwhelm them. The Fade Street must not be destroyed. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I am my first strength again. Strength is not mine. Ah, so it's fire on your own, you can't. I'm going at it. Don't let just forget! Come on, hit us in peace! Help me! Come on! Affirmish later. Get down! Oh shit! Shit. Wait! Lonely! Up! Ich weiß nicht, ob ich oben nochmal hinkomme. Nee, natürlich nicht. Das ist klar. Ja, das ist echt blöd, dass wir diese Nahkämpfer haben, mit diesen schweren Doppelwaffen oder so. So schwer erkennt. Und die hauen ja einen massiven Damage rein, ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das sieht übel aus für mich dieses Mal. Das sind immer diese Nahkämpfer, die mir von Schaden reinballern. Jetzt musst du mich mit euch voll zusammen. Ich hab keine Lehmung, der ist wunderbar. Rektor 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 Die Flüge werden nicht mehr verletzt. Die Flüge werden nicht mehr verletzt. Die Flüge werden nicht mehr verletzt. Ich bin hier. Das ist die Flüge. Aber es wird noch ein paar Jahre lang sein. Ich bin hier. Das ist ein Wiener. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Die Flüge werden nicht mehr verletzt. Sie müssen uns nicht mehr verletzt. Die Flüge werden nicht mehr verletzt. Sie werden nicht mehr verletzt. Das wird uns die Flüge wieder beloitzt. Violent! Violent! Toonage! Entry, toine my aid! You still in flames! Was I not enough to do? SOMTING! SEBIT! KILL IT! Move it! Get your glasses on board. They just run! Almost there. I'm not here! I'm not here! I'm not here! Kill that tracts, Selis! Eat the damn energy! Blackie Fink! Ah, son of mine! Didn't expect to see you, Selis. Holy grenades! Tja! Tja! Wo alle da hin? Tja! Ei! Tja! 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 Der sieht wenigstens irgendwie wie so ein schöner Ketzer aus. Okay. Wollte schon sagen. Okay. Revolver freigeschaltet. Ah, okay. Das habe ich ja schon. Ja, die Waffe ist schnell, muss man sagen. Gegen Horden ist das echt gut. Gegen einzelne ist das natürlich nicht so, aber... Irgendwie stehe ich auf diese fetten Waffen. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin da irgendwie... Ich habe das schon bei Awarementide immer gern gespielt. Das schaue ich mir dann Stück für Stück an. Leveln ist da angesagt noch. Und testen, testen, testen. In diesem Sinne. Ja. Ja. Ja, die nächste Mission genau sehen wir beim nächsten Mal. Next, next. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Für den Imperator. Und so weiter. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Mission. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. BuUSE nach СССР. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.